Ich mach sowas eigentlich nicht oft, aber... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich steige dich auf die Idee mit dem Fass! Lauf bei euch! Oh Gott! Hallo und herzlich willkommen! Ich mach sowas eigentlich nicht oft, aber... Hallo! Mit den wirklichen Spacken anscheinend... Was geschieht hier grad mit meinem Spiel? Nein, das ist ein ganz normaler Standpunkt. So, okay. Soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? So voll geil, ich darf jetzt erstmal kurz hier stehen bleiben und jetzt darf ich vor meinen Zuschauern das Audio synchronisieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn... Wo bin ich denn überhaupt hier oben gestartet, ey? Was ist denn für eine Scheiß? Hey, was schießt du hier? Ich komm hier noch nie runter! Ich fall hier... Oh Gott! Wie geht man denn eigentlich sicher von Leiter runter? Gibt es da irgendeine Lust? Spring! Nein! Oh, ich wollte schmischen! 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 Boah! Boah! Schade! Fault in C, Ralf! Ralf, du stehst auf der in C! Wo? Au! Alter! Au! Was war das denn jetzt? Da hat jemand leicht übersteuert! Joghurt! Warum erschießt ihr eigentlich einfach Schicke? Was tue ich? Stimmt doch gar nicht! Tue mich nicht richtig! Warum habt ihr einfach Schicke erschossen? Weiß nicht! Hat sie gerade so angeboten! Joghurt und Epsilon KS! Das lief ja jetzt irgendwie nicht so! Da hat die INCI alle so verwirrt, dass ich einfach erschossen werden konnte! Ich habe es nicht einfach am Laufstück gemacht! Das war so geil! Ich dachte erst, du schiebst gar nicht auf mich, sondern ich habe einfach noch mehr Schaden bekommen! Achso! Stiggy! Stiggy! Stanz du dann vorziehlen, vorziehlen, vorziehlen! Jetzt ist der richtige Zeitpunkt! Ab sofort schieße ich einfach auf jeden Fall die Schaden bekommen! Boah, Rainer, erst mal die Shotgun nehmen! Du kriegst die nicht! Das tut mir richtig sorry! Rainer, sollen wir das Spiel spielen? Man, das tat mir aber echt richtig sorry! Ok, ne, ich will das Spiel nicht mit Rainer! Wollen wir halten! Rainer stinkt mir zu sehr! Da! Ich bin Traitor! Also ich bin dafür, wer schießt in Shadow! Ja, ich auch! Ich bin dafür, wer schießt in Shadow! Ja, ok! Ok, komm! Drei, zwei, eins! Alle guckt wie im Dreieck! Shadow guckt mich an! Ich gucke Rainer an! Rainer guckt Shadow an! Hey, ich warte! Mann, ich hab gewartet! Wo stehlen denn jetzt schon wieder alle? Ah! Schade! Mal hier, mal da! Überall! Was willst du, Eslon, von mir? Geld! Lass dieser Tür zu! Nein! Rainer ist bei mir eingebrochen! Gegen Diebstahl gibt es keine... Ist jetzt mein Haus! Rainer hat mein Haus erhobert! Ich glaub wir sollten Rainer erschießen, er hat das einfach in mein Haus eingebrochen! Jetzt bin ich in mein eigenes Haus eingebrochen! Jetzt bin ich hinter ihm! Nein, zack! Ich wollte schon jetzt schon an die Tür gehen, ey! Schick ist bei mir! Wo sind denn alle hin? Was? Ich weiß es nicht! Oh Gott! Disco! Hült doch aus der Ecke raus! Doch, Fentas, wer ist denn das da? Wer ist denn das da? Wer bist du? Rainer hat mir 13 Schaden gemacht, er muss Traitor sein! Soviel Schaden können nur Traitor machen! Trau dich doch zu mir! Soll ich mich trauen? Soll ich mich trauen? Soll ich mich trauen? Mach ich! Deine Einrichtung könnte etwas beschädigt sein! Joghurt? Ja! Manu? Ja! Bin doch da! Ralf? Ralf? Hä? Bin unter gar keinen! Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich unter keinen bin! Also... Oh Gott! Manu ist schon mal da oben! Alter, hab ich... Ach, weg! Ich wollte mich da hochschleichen! Wo Manu jetzt... Oh Gott, so richtig ins Mikro geschrien, hab ich mega gezuckt, ey! Manu, geh mit dem Kart und dem Ding! Ich glaube, Shadow ist es, der sitzt da oben im Turm! Tja, dann schleich ich halt nicht da hoch! Digga, du mit deiner gezogenen Disco! Ich mach dich kaputt! Hä? Ich mach dich kaputt! Hä? Ich mach dich kaputt! Epsilon! Warum bist du schon verletzt? Weil du also nicht abgeknallt hast, ey! Verschwinde, Ralf! Verschwinde, Ralf! Ich geh weg! Lass mal Ralf wegmachen! Ralf, ich geh weg! Ich auch! Friendship! Ralf hat die nicht gezündet! Ralf hat die nicht gezündet! Ralf hat die nicht gezündet! Ja, Schicke und Reiner wahrscheinlich auch nicht! Wahrscheinlich! Man hört die Musik danach noch! Man hört ungefähr noch ne halbe Minute ne Musik! Also Ralf und Reiner sind für mich beproven! Sobald Reiner noch lebt! Weil der ging genau auf uns! Auf uns wird gesnipet, Ralf! Oh! Versteck dich! Komm runter! Komm zu mir! Irgendwie beide... Ich glaub wir beide sind die Letzten! Lass uns einfach alles töten, ja? Ralf? Einer sitzt auch nicht so oben! Da kommt noch Obel-Tippers! Ja, ich bin schon weg! Uhhh! 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 Ich hab doch nur ne Diegel! Was ist Zeug? Was? So, irgendwas war was? Viele leben noch? Ich noch! Ähm, also ich würde sagen 3 Stück! Ich geh jetzt davon aus, dass ich nicht Trader bin! Außer es hat eben auch nen Gegenargument, oder? Also mein Gegenargument ist gerade das hier! Oh! Ja, das ist jetzt nicht mein Argument! Ey, du Mensch da im Turm! Ich snipe dich da nicht, okay? Ah, wer ist denn das da im Turm? Also ich würde es mal sagen, keine Ahnung, das könnte es wohl sein! Also ich... Also ich glaube, ich ist ein Nerd! Aber ich war das nicht! Aber welchen Tor meinst du jetzt? Das ist die Frage! Ja, keine Chance! Ben, du bist ein mieser Wichser! Ich hab nur gewartet, Ich bin jetzt mal ruhig in den Steps! Weil... Ja, kein High-Five mehr! Ich dachte, die Orbital Bus trifft mich nicht, ey! Deswegen bin ich da in der Ecke geblieben! Diggi, schau erst der Friendship, dann die Orbital Bus und dann noch Friendship! Ja du, ich dachte auch, ich kann das machen, aber ich hab nicht mehr genug Punkte! Ralf... Ralf... Ralf hätt mich ja auch mal beschützen können, ne? Nein, er muss natürlich wegrennen! Ich hab mir noch so ne Missgeburt wie dich aufpassen! Erklär mir das doch mal! Hat er nicht gesagt! Man, du wärst schneller! Nein! War du schneller! Geh dir den Koffer weg, du! Kannst du gar nicht! Geh weg! Geht nicht! Aber ich bin zu inkompetent hierzu! Glaub ich dir! Ja, das bist du! Shit! Diggi kann ich gleich jemanden versuchen, wo keine Beine hat, aufbreizufringen! Da oben ist wer gestorben, der andere, der oben bei den Twin Towers ist, der ist es! Hä? Wo? Der Twin Tower? Da waren zwei Stück jetzt! Einer ist gestorben, und der ist jetzt Rauch! Der da noch irgendwo sitzt, ist tot! Okay! Außer jetzt sind beide tot! Einfach den dann wegschreiben! Ich glaub, die sind beide tot! Ja, hier liegen zwei Leichen! Also, zwei Inno ist tot! Der andere Inno knallt einfach alle ab! Die du siehst, außer mich! Ah! Ich hab' beschossen! Von Twin Tower! Ich hab' den Namen gar nicht lesen! Von Twin Tower oder Vasecki? Rainer? Ralf? Ja? Rainer? Rainer! Ah! Fall los nicht runter! Ralf! Ich bin hinter dir! Alles gut! Der letzte ist Shadow! Den hab' ich schon angeschossen! Wo ist'n der? Der ist hinten bei den Türen! Der ist oben drin noch! Oh! Einen Hit hat er! Der sitzt immer noch oben drin! Ich ging daneben! Nice! Das gibt's doch! Ich verstehe es nicht! Ich verstehe es nicht! Wo schimmelt ihr da bitte? Ich kann dich wieder nicht sehen! Geht's nicht, Ralf! Wieso macht's das besser keinen One-Hit? 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 Welches? Welches? Das Messer! Das normale Messer macht zwei Hits! Aber im Rückendor nicht! Das normale ja! Das Bloody-Nife! Das macht nur One-Hit! Wenn er mindestens einen Schaden hat, dann hat er sie instandet! Ja! Schön! Wer kauft doch das normale Life, wenn man das Bloody-Nife schon hat! Ja! Ich musste schnell halten! Wir sehen das Bloody-Nife aus und haben mir das noch ein bisschen gelesen! Nein, hab' ich nicht, Rainer! Das kann nur Manu sein, der kommt mit den Leitern! Rainer, lass mich mal da kurz durch! Ich bin mal kurz... Ja, Rainer! Wir haben gestört hier! Danke, Rainer! Ich hätt' auch jetzt aufs Fass geschossen! Alter, sie wär' alle! Ja, eben hab' ich gerade noch bei dem Fass getürzt! Ich hab' noch keine Waffe! Lass dich mal bitte hier runter! Nein, ich möchte... Du riechst hier hoch! Ich möchte da jetzt runter! Nein, du möchtest hier nicht runter! Doch, dann möcht' ich mir da hinten ist irgendeine Waffe runter! Runden ist ne grausame Welt! Half, aber hau' ab von mir! Wieso denn? Würd' ich nicht in meiner Nähe haben! Ist gefährlich! Komm, Joghurt, du schaffst das! Ich glaub' an dich, Joghurt, komm! Weg sei, sag' dich! Ich kann ja auch Starthilfe kriegen! Eines lang ne Wunschupp und ne Wunschuppwaffe auf den Jahn! Komm, hierhin! Ich helf' dir! Oh! Ups! Hör doch auf! Hör doch auf! Nein! Ach komm, Leber! Es gibt doch keine Möglichkeit! Ich hoffe, das ist tot! Ich hoffe, das ist tot! Jiggy! Fick dich! Wir kommen hier so permanent auf mich zugelangt! Nein, nicht! Fieh dich! Ich knall dich gleich ab! Ah, ich töte Masch! Ähm! Ähm! Bist ja hin! Gute Angeschossen! Man, wo ist das? Und wo denn? Wieso siehst du mich?! Das ist jetzt nicht gut! Oh nein! Sehr schön! Ich konnte dich in der Ecke noch sehen! Aber irgendwie nicht richtig treffen! Ja! Joghurt ist runtergefallen! Er ist der letzte, wo ein Turm hockt, oder? Ja! Wo hockt er da? Ganz oben? Oder wo? Ja! Ganz oben erst das Fenster! Ah! Ich bin mal gut! Ah! 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 Sehr schön! Sehr schön! Wo noch eine Sniper? Hm! In Counter Strike reicht doch diese Waffe! Gegen den Sniper! Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Ich wollte gerade fragen, wieso kannst du fliegen? Aber du bist ja der Traitor nicht echt! Wieso kannst du fliegen? Keine Ahnung! Also fuck! Das Spiel ist kaputt! Findest du wirklich schön wie Sigi überliegt! Halt dein Auge! Das Spiel ist kaputt! Das hatten wir doch schon mal bei dir Sigi, gell? Die Idioten haben es ja auch noch geglaubt! Hä? Ja was war da nochmal? Ich weiß gar nicht mal was das war, aber irgendwas... Ja das Spiel ist kaputt und die habt ihr geglaubt! Ja natürlich haben sie mir geglaubt! Das kam ja auch von mir! Du musst das einfach... Ja du kannst eigentlich überhaupt nicht rügen, aber sonst... Du musst das einfach nur... Glauben wir dich überhaupt nicht! Das kriegst du ja nicht hin! Vicky! Hast du geschossen? Nein! Okay! Bam! Bitte stell den TTT! Armer Niklas! Nein! So! Ich kann dieses Bugsurfing einfach nicht mehr ey! Du musst auch anders hoch! Also deiner Zufall! Manu! Manu! Samybar! Verstehen? Ja! Nein! Auf mich wurde gesnipet! Turm! Welcher der richtige Turm? Shadow! Warum ist er auf uns? Ich bin da nicht auf dich! Also Shadow ist jetzt drin! Also ich weiß, das passt mal gut! Soll ich jetzt auf Shadow snipen oder nicht? Wenn du willst, kannst du das gerne machen! Ich hoffe, der ist grad irgendwo hier runtergefangen kann! Nein! Ich hab nen Koffer runtergefangen! Irgendwer ist grad gestorben! Oh! Halt! Manu hast du gerade... Irgendwer ist grad gestorben! Nein! Doch! Hä? Es hat doch so nen Irr-Bug gegeben! Ja! Ja hat's gegeben! Das stimmt, das muss ich bestätigen! Aber Shiggy hat mich die ganze Zeit gesehen! Ich hab Shiggy die ganze Zeit gesehen! Ich war's nicht und Manu war's auch nicht! Genau! Das kann ich nämlich auch nur bestätigen! Ja auch nicht! Weil ich hab grad die Bretter verschossen! Oh Shadow, wenn ich mein! Uuuuuhhhhhh! Ich beschwör der Götter! Manu, was machst du? Äh! Manu! Ralf, was machst du da? Willst du den wie weifen? Achso, das macht der! Ne Weife? Okay! Irgendwie glaub ich Ralf grad nicht so! Ich weiß nicht! Der hat irgendwie was... Der hat irgendwas was Täterhaftes an sich! Der macht Dropsurfing! Wer? Willst du mich runterschuppen? Ja! Ja! Ne! Warte, den da vorne! Den da vorne! Ich heiße! Sonst kann ich wenigstens schreien! Joghurt hier! Was war Clashes? Joghurt! Das war nur so wie Schaden wie du mir auch gemacht hast! Ja! Selber Schuld, wenn du Dropsurfst! Joghurt hat nochmal geschossen! Ich hab auch fast geschossen! Ich beobachte das! Hey! Fick dich! Äh! Wenn das... Hör auf! Der da oben! Der da oben! So, wer waren die jetzt die Traitor? Oh Gott! Hab ich wieder ausversehen auf die linke Maustreffsgeflüge! Hast du grad ein Inno abgeknallt? Nein! Ich hab die Leiche weggeschossen! Okay! Warte mal! Sind die denn noch Punkte? Muss ich runterkommen? Was? Das ist gut hier! Oh! Es war vielleicht mal vor dem Hausrunzer! Das wird nicht kurz sein! Frösche! Greif die da an! Jetzt ist der Frosch runtergesprungen! Seien Ernst! Hä? Manu! Äh! Würdest du bitte mal weggucken? Ja! Ich guck gerade mal! Ja! Ich hab die Augen zu! Jumpshot! Du triffst mich nicht! Du triffst mich nicht! Ja! Okay! Warte! Ich muss deine Punkte holen! Ich bin drauf! Bist du denn jetzt? Weiß ich auch nicht! Du fliegst jetzt! Nein! Ich flieg nicht! Vielleicht ein bisschen! Hast du Juret jetzt echt runtergeworfen, du Sau? Nein! Ganz schöner Asi! So muss ich den echt vorm Boden kratzen! Fuck! Boah! Ich war... Ich war gerade voll durch den Wind, ey! Boah! Das fällt dir einfach um! Hast du gerade wen Falsches getötet? Nein! Fick dich! Ich weiß, dass du doch jetzt verleben! Nein! Du hast doch gerade einen getötet! Ja! Nee! Und irgendwie lebst du doch! Das... Jetzt mach mich! Jetzt mach mich nicht verrückt! Mach ich nicht! Alles ist gut! Kennst du nicht? Hallo! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich steig auf die Idee mit dem Fass! Leif bei euch! Ähm... Mir ist schon was aufgefallen? Tiki, war das Steinboom bei dich? Ja, war's! Ähm... Der Deathbringer macht keinen Error mehr! Doch! Doch! Ach doch! Ich hab grad nachgeschrieben... Bei mir grad nicht! Bei mir auch nicht! Bei mir auch nicht! Wie sieht denn der Deathbringer im Dingsjob aus? Ich glaub... Bis eben was? Das ist so ne Glocke... Äh... Also sonst was... Aber jetzt bei den neuen Dingservos... Rainer! Ich hab's so gehofft, dass du reinguckst und hör ich nur dieses... Ich glaub das wär gestorben! Hehehe... 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 Reinen aber schon immer solche Geräusche... Ehh... Vor allem in der Leiche stand ich, dass du von ner Weifel getötet wurdest... Hammergeil! Ja, aber daneben stand, dass ich... Dass ne Explosionen meinen Ende bereits nicht hatte... Das heißt... Das heißt... So gesehen war ich... Ich hab's so gehofft in dem Moment... Hehehe... Ja... War schon irgendwie lustig, ne? Hat schon was... Ich bin bei Shiki... Ok... Ich bin bei Manu... Ich bin bei Manu im Turm... Wenn ich sterbe, ist es Manu... Ja... Wenn ich sterbe, ist es logischerweise hier... Mr. Shadow... Ja, also... Ich hab kein Problem damit, also... Jetzt können wir es hier oben hinsetzen... Der von Patrick was endlich Legende... haben wir auch mal einen Hokkarr... hating Lukas zu common... Aber okay, dann müssen sie nicht... Oh Gott... Ich wäre fast runtergefallen... Oh ... Nein! NICHTU NICHTU... Oh... Oh... Man... NICHTU... Ich war schon oben! Ich war dran oben... Ich geh fest.... Whoa... Yo... Oh... Ich hab' qualidade, das hab' ich fast runtergewhorfen... Wissenschaft, Figi... Pra Sydney ist das jetzt am besten rum... Mit dem Koffer Das Brett geht nicht kaputt, oder? Weiß ich nicht Ey, jetzt darf ich mich beides verfolgen Ja, folg du ihm, mach ich woanders dann Okay Ja! Warte ist tot Was ist da gerade passiert? Danke Shadow Rainer, bist du Ding? Aua Hab ich jetzt an Traitor geholfen? Aua Du hast auf jeden Fall jemandem geholfen Warum öfter dann? Die Frage ist jetzt, war er ein Traitor oder nicht? Weil ich nicht leiden Weil meine Leute hier glitschen Du bist ja kein Glitsch Ja doch schon Er ist gerade runtergestürzt Manu Tut mir leid Manu Es tut ihm nicht leid Das war doch nur so gesagt, damit er sich besser fühlt Oh Komm ich mach noch andere Barrikaden kaputt Wer lebt denn jetzt überhaupt noch? Vicky Goldschreif Okay Joghurt Okay Okay Also nach euren Aussagen gehe ich jetzt noch Shadow und Hey Twin Towers Twin Towers, der kleine Turm Linke Seite Bleibt einer auf mich Aha Aha ich hab doch gar keine Sniper, ich hab nur die Diesel Das ist schwer Also ich hab mich um alles gesorgt Ich hab Shotguns, ich hab ne MP hier oben Ich hab noch ne Sniper hier oben Zum Emo Und ja Null Puh Keiner Was alles für Items gibt Bei den Twin Towers ist er Ich weiß Lass mich doch mal die Items angucken Okay Okay wir warten Scheiße Oh Bill sei verunter, verdammt Oh Mann ey Der wird mal einer Traitor Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und fickt euch alle Gerne Gerne